Hallo, ich bin Sultan, Mellon Sultan. Hallo, ich bin Peter aus Deutschland. Die Bahn, natürlich wieder Verspätung, also furchtbar. Deutsche Bundesbahn ist ein einziges chaotisches Unternehmen, ganz schlimm. nach Atea, zur復ste Out Hallo. Hiala ist es. Ja, danke. Untertitelung. BR 2018 Katastrophe, wenn du arbeitest jeden Tag, oder? Ja, mein Bruder, ist okay. Super, das ist es. Mikroblading heißt es, Mikroblading auf die Lippen, rot und hier oben. Mikroblading, gut. Machen Männer das auch? Nein. Mann? Ja, gibt es auch Männer? Ja. Ja? Wo kommen sie zu dir und sagen auch? Nein. Frauen, Frauen. Ja, vielleicht mehr Frauen. Also Männer. Ja, genau. Wenn die so eitel sind, kann das ja sein. Nein, nicht so. Ich meine, dass ein Mann sagt, ich will schöner sein. Weißt du? Sagt, ich will auch. Nein. Das macht nichts. Ja, ja, ja. Mikroblading. Das ist Mikroblading. So heißt es, so schaut es aus. Die Augenbrauen werden da ähnlich, nicht Tattoo, aber ähnlich ganz leicht mit Strom, elektrisch. Ja, ja. Ja, manchmal. Mikroblading, ja. Ja. Gute Kreme. Aha. Ja. So werde ich gepflegt hier in der Türkei. Genau so. Maniküre machen bitte. Maniküre? Ich soll Maniküre machen? Ich brauch doch keine Maniküre. Maniküre machen, ja. Ach, ich bin keine Frau. Ich brauch keine Maniküre. Beine Kuttechanz. Federschanz. Was? Beine Fronthaare schneiden, Maniküre, Pädiküre. Du sollst mir Pädiküre machen? Ich will doch keine Pädiküre. Ich mache noch Probleme. Ich bin doch schön genug. Was brauche ich denn? Ich meine noch Probleme. Ja? Noch Probleme. Ich warte. Jeden Tag Arbeit, jeden Tag warte. Siede ist voll mit Urlaubern. Das ist brechenvoll. Die gehen in ganzen Scharen. Aber bitte noch schwimmen. Warum? Ich gehe nicht schwimmen. Warum? Warum soll ich schwimmen gehen? Hm. Jetzt? Nein. Schwimmen ja mehr ist schön. Ja, mehr ist schön. So fotografieren, so gucken. Ich bin kein Mensch. Aber bist du so wie mein Mensch? Ich war noch nicht. Ich bin kein großer Schwimmer. Ich will nicht. Gucken. Gucken. Ja. Fotografieren. Das ist die Frau Maniküre-Pädiküre. Die wollte mir Maniküre machen, das lasse ich aber nicht machen. Ja. Nein. Warum keine Gerd Fakir? Ich will keine Pediküre und keine Maniküre, gar nichts. Keine Fußpflege, keine Nagelpflege. Ja, keine Haare schneiden. Mache ich selber Haare schneiden, mache ich alles alleine. Ja. Brauche ich keinen Friseur. Ja. Ado Hier heißt es halt. Was ist alles? Und das ist Tee. Ja, tue od. Okay, okay, okay. So. Hallo. Hallo, ich bin Sultan. Hier und Sorgun. Sorgun Meer. Es ist ein guter Meer. Nicht, wir haben Sorgun, wir sind in Sorgun, so heißt es. Sorgun. Aber schön. Wir sagen Tschüss nach Deutschland. Ich finde es schon gut. Katastrophe für uns beide, Katastrophe. Nicht gut. Ganz traurig. Ja. Ja. Scheiße. Vielleicht, scheiße. Deutsch kann sie scheiße sein. Vielleicht komme ich wieder, vielleicht auch nicht. Zwei Monate. Nein, nicht in zwei Monaten. Zwei Monate. Sie will, dass ich in zwei Monaten wieder komme. Das geht nicht. Nein. Nein? Nein. Zwei Monate kommen. Nein. In einem halben Jahr vielleicht. Tschüss. 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 Schこう das. Tschüss. Thomas.